So Jungs und Mädels, heute geht es um den sechsten Sinn, das kleine Glühlämpchen, das aufgeht, wenn man entdeckt wurde. Warum das bei manchen nicht funktioniert und wie er es zum Laufen bekommt. Die Fehlerquellen, warum es nicht funktioniert, ist als erstes, es gibt viele, wo es nicht klappt, die denken es wäre ein Mod. Die Mods, die es dafür gibt, und es gibt sehr viele, das ist eigentlich nur die Oberfläche. Das Bildchen, was dann kommt, die Glühbirne, könnt ihr dann gegen irgendwelche andere Bildscher tauschen. Oder dieser Warnton, der wird dann auch ersetzt. Das macht der Mod. Aber damit das überhaupt funktioniert, muss euer Kommandant den sechsten Sinn lernen. Dann gibt es noch eine Fehlerquelle, dass wenn die Leute das wissen, dass sie den sechsten Sinn lernen müssen beim Kommandanten, funktioniert es trotzdem nicht. Und dann beschweren sie sich wieder. Ihr müsst aber zuerst den sechsten Sinn auf 100% bringen. Nicht die erste 100% vom Kommandanten, sondern der komplette Skill muss auf 100%. So, dann funktioniert das Ganze auch. Erst wenn ein Glühbirnchen über eurem Panzer aufpoppt, wenn ihr entdeckt wurdet, erst dann könnt ihr auch Mods draufknallen, das Ganze ändern. Sonst funktionieren die Mods auch nicht. Also wieder, das ist ein Skill vom Kommandanten und kein Mod. Was man bei mir sieht, zum Beispiel die Depri-Cat, das ist ein Mod, aber das funktioniert nur, wenn der sechste Sinn aktiviert ist und 100% hat. So, dazu geht ihr einfach auf den Kommandanten, rechts klickt Personalakte und da seht ihr jetzt bei hier ist dieser sechste Sinn. Der hat jetzt 100%. Ja, das könnt ihr dann bei der Ausbildung, bei der Fertigkeiten, beim Kommandanten steht das dann drin. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel 83% auf dem sechsten Sinn habt, funktioniert der nicht. Ihr könnt mit der Maus ja einfach drüber fahren, dann steht es ja auch da. Ein Kommandant mit diesem Vorteil kann erkennen, ob sein Fahrzeug vom Feind aufgeklärt wurde. Vorteil wird erst mit 100% wirksam. Hier der hat 100%, deswegen funktioniert es auf meiner IS-7. Und zum Beispiel die Reparatur, die ist von Anfang an, wird mit Anfang der Ausbildung wirksam. Der Effekt nimmt mit Ausbildungsgrad zu. Das heißt, desto mehr Prozente ich da drauf habe, desto schneller repariert der Panzer sich. Der sechste Sinn beim Kommandanten muss allerdings 100% haben, damit er sich überhaupt aktiviert. Ja, das war es im Endeffekt. Was man noch zum sechsten Sinn wissen sollte, ich habe mir jetzt ein bisschen nachgelesen. Ich kann es nur so, wie ich es jetzt gelesen habe, ein bisschen weitergeben. Ich kann also nicht 100% Garantie dafür übernehmen, dass das stimmt. Aber der sechste Sinn aktiviert sich erst nach drei Sekunden, nachdem ihr aufgespottet wurdet. Also nicht denke, dass das sofort angeht, sondern erst nach drei Sekunden. Das heißt, sobald ihr eigentlich entdeckt wurdet, müsst ihr euch bewegen, weil dann kann die Art, die euch vielleicht in der Zeit hat sich dann eingeämmt oder der Gegner drückt in dem Moment auch ab. Drei Sekunden ist verdammt kurz. Und ja, aber reicht vielleicht für euch eine reinzumümpeln. Deswegen. Wer kann das alles gebrauchen? Also ich werde jeder sagen, der sich sagt, okay, ich möchte gerne wissen, ob ich entdeckt wurde oder nicht. Sollte sich den sechsten Sinn zulegen, ist gar kein Problem. Ansonsten würde ich fast jeden Tank raten, schwere Tanks für später, kann man sich vielleicht überlegen, was anderes zu holen. Ja, müssen dann halt ein bisschen mit euch dann ausmachen. Also ich glaube, ich brauche es beim IS-7 eigentlich nicht mehr, wenn ich es mal so sehe, weil ich bin eh vorne an der Front dann oder relativ frontnah und ob ich da entdeckt werde oder nicht, ja, ich lese hier praktisch drauf an. Deswegen müssen wir das für euch entscheiden. Also nochmal so ganz kurz. Das ist kein Mod, der sechste Sinn. Das ist euer Skill bei jedem Kommandanten von euch. Dabei werdet ihr entdeckt. Nach drei Sekunden bekommt ihr dann diese Meldung. Funktioniert erst, wenn ihr 100% habt. Erst dann könnt ihr auch Mods draufknallen, wo ihr das Bildchen oder den Warnton oder beides ändern könnt. Ja. Okay. Wurde sehr oft gefragt. Deswegen mache ich da so ein kleines Handbuchvideo wieder drüber. Und ich denke, es kommt bald noch eins. Schon noch ein paar andere Themen. Jo, hoffe, hat euch geholfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.